lasst uns heute nach drei wenigstens versuchen ob wir schaffen ist eine andere frage aber willkommen zurück zu five nights at freddy's 4 nach drei ab jetzt müsste auch dieser blöde foxy kommen boah ich kann jetzt schon nicht mehr wirklich bin jetzt schon verstört ich habe nicht beide kopfhörer drin es tut mir leid habe ich irgendwie wieder vergessen ok ok ich glaube ich habe was gehört aber ich bin mir jetzt nicht sicher ob es mein eigenes atmen war ok wieso er war doch da oder aber wieso war er auf einmal drin man ich weiß nicht ob ich nach drei schaffe also wirklich ich weiß es nicht die aus even von Ich habe im Übrigen auch schon den Film gesehen, war gut Warte, jetzt habe ich nicht genau gesehen, wer das war. Okay. Scheiße, was machen die mit mir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin tot. Ja, deswegen habe ich mich auch nicht mehr so erschreckt, weil ich mir gerade gedacht habe. Ach komm, aber Mann, die Viecher sind viel zu aggressiv jetzt schon. Vor allem, ich schaffe es ja nicht mal, wie spät war es jetzt wieder nur ein Ohr, ne? Ich habe riesengroße Probleme in dem Spiel. Ich war mir aber auch unsicher, ob ich ihn gehört habe. Ich weiß auch nicht, wie lange ich halt hören darf. Ich versuche es jetzt aber nochmal. Wartet. Okay. Das ist ein richtiges Lett still von mir. Jetzt habt ihr es gesehen. Da ist irgendwas. Was soll ich da machen? Okay. Jetzt ist er glaube ich wieder weg. Bonny. Bonny. Chica. Bist du, ist er bescheuert? Bist du, ist er bescheuert? Ich hab den doch weggemacht und ich hab die Schranktür sich nicht wieder bewegen sehen. For real, ich schaff das nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu langsam bei den Türen, oder? Ich müsste da einfach schneller sein. Ach du Scheiße. Vielleicht ist der zweite und dritte Teil eher was für mich. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch bestimmt nochmal probieren. Wie bei Nacht 2 gebe ich nicht so schnell auf. Aber ich danke euch wieder für die Aufmerksamkeit dieses Videos und Parts von Five Nights at Freddy's 4. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Vielleicht. Tschüss. Bis dann. Aufmerksamkeit. Vielen Dank.